Warum wirfst du Granaten? Nimm dir Sterne, die meinten. Warum wirfst du sie dann? Ich weiß nicht, Mark. Du bist hier der Komische in unserer Beziehung. Der eine ist schon belootet, brauchst du gar nicht erzählen. Schön, dass ihr gar nicht die Kiste sieht. Danke für das goldene Visier erstmal. Warst du in dem Haus drin, Fischi? Fischi, warst du in dem Haus drin? Fischi, warst du in dem Haus drin? Warst du auf dem Haus drin? Warst du auf dem Haus drin? Sondern... Gegner, 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 Gegner! Der ist auf jeden Fall gut angehitet. Der ist gedowned. Der ist auch gedowned. Der dritte ist... Schaut auf mich. Nein! Bitte, mich! Da sind doch nur Löwen da draußen! Ich bin... Warum sterben wir als Erste? Warum? Warum? Wie ich den hier mal oben gemacht habe. Okay, gut, dass ich bei mir, bei dir bedanken darf. Ich dachte, ich habe mir schon Sorgen gemacht, du. Please recover me. Doch. Wie viele sind bei dir drin? Einer. Zwei. 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 Die sind aber wieder estão... Wir flieben beide noch. Ne! Noch einer! Jetzt nicht mehr! Was ist denn gerade passiert? Was ist denn da passiert? Könnt ihr mich bitte retten und nicht mein Zeug...